Eine der wenigen Therapiemöglichkeiten, die die Schulmedizin zur Behandlung von Tinnitus anbietet, ist die sogenannte ITC, die Intratympanale Corticoid-Therapie. Was das genau ist, darum geht es in diesem Video. Wenn man nicht innerhalb von wenigen Tagen reagiert, kann man nichts mehr machen. Dann ist das Thema gegessen. Das ist umgangssprachlich gesehen ungefähr der Inhalt, der von der Schulmedizin propagiert wird. Wobei wir da von einem Zeitraum 5 bis 10 Tagen reden. Aber was nutzt einem das, wenn man keine Termine kriegt? Ich habe, nachdem mein Tinnitus losging, sofort, also sagen wir mal 2-3 Tagen, bei HNO-Ärzten angerufen. Die haben mir dann Termine für 10-14 Tage vorgeschlagen. Auf mein Nachbohren, das ja bei Tinnitus offensichtlich schneller reagiert werden muss, konnte man mir aber keine früheren Termine anbieten. Sie waren einfach zu voll. Schließlich bin ich dann zu einer Notfallsprechstunde gegangen, wo mir aber nur vermittelt wurde, dass man eh nichts mehr machen kann. Als ich dann nach gut 10 Tagen bei meinem eigentlichen Haus-HNO-Arzt endlich war, konnte der zu der Dysakusis nichts sagen. Völlig unbekannt. Und konnte mir auch keine Therapie vorschlagen, die aus schulmedizinisches Sicht dafür vorgesehen ist. Sprich, ich hatte keinerlei Info nach diesen Gesprächen, dass es die ITC überhaupt gibt. Nach mehreren Wochen bekam ich ein E-Mail meiner Freundin, wo drin stand hier, das ist doch so, wie du es immer beschreibst. Da bezog sie sich auf die Dysakusis und da waren Links dabei. Und einer davon war von einem HNO-Arzt im Norden Hamburgs, der die sogenannte ITC anbietet. Da bin ich dann hingegangen und dann ging es natürlich um das Thema, macht das noch Sinn? Zu dem Zeitpunkt hatte ich seit 6 Wochen meine Dysakusis und seit 4 Wochen meinen Tinnitus. Er meinte dann, dass es schon ein bisschen spät wäre, aber wir könnten es noch versuchen. Und ich habe mich dann dazu entschlossen, es zu machen. So nebenbei bemerkt, als ich dann Wochen oder Monate später auch mit anderen Ärzten zugange war und es wurde dann gefragt, was haben sie denn schon machen lassen? Und ich habe gesagt, ja ITC, so nach 6 Wochen, 4, 6 Wochen, dann hieß es, das war doch viel zu spät und Kopfgeschüttel und wie kann man nur. Das war auch nicht unbedingt aufbauend. Zunächst mal, wann wird die ITC denn eigentlich empfohlen? Hierzu mal ein kleiner Screenshot. Hörsturz, Tinnitus, akuter Innenohrdrehschwindel, also Morbus Meniere. Das ist auch so die Reihenfolge, um die es so geht. Und erstens wird es immer mit Hörsturz in Verbindung gebracht. Dazu habe ich dann auch noch eine kleine Geschichte, wenn es um die Nebenwirkungen geht, später in dem Video. Stellt sich als nächstes die Frage, was kostet das eigentlich? Das Wichtigste, es ist keine Krankenkassenleistung. Obwohl es von der Schulmedizin angeboten wird, also vom HNO auch durchgeführt wird, muss man das Ganze selber zahlen. Ich habe unterschiedliche Infos darüber gelesen, wie viele Injektionen empfohlen werden. Da ging es um 5 oder 7 oder zwischen 3 und 7. Bei mir waren es 10. Und die haben inklusive dem Serum ungefähr, ich weiß nicht mehr 100%, aber roundabout 600 Euro gekostet. Das war insofern auch eigentlich wirklich ganz speziell. Als ich mich dazu entschlossen hatte, habe ich erstmal ein Rezept gekriegt und dann hieß es, jetzt gehen Sie mal da unten in die Apotheke und besorgen Sie sich das Serum. Das heißt, da bin ich selber hingerannt, habe da dann das Serum besorgt, bin wieder zurückgegangen und habe das dann abgegeben. Nachdem die Dinge alle geklärt waren, ging es dann zur ersten Behandlung. Wie läuft das jetzt ab? Man kommt da also hin und dann wird erstmal das Trommelfell betäubt. Das funktioniert dann so, dass ein Stoffband, das mit Betäubungsmittel gedrängt ist, in das Ohr eingesetzt wird, also direkt vor das Trommelfell platziert. Und dann darf man sich erstmal hinlegen und bis die Betäubung wartet. Dann wird man in den Raum geführt und dann nimmt man an so einem Stuhl Platz, bisschen angespannt so und dann kommt der Onkel Doktor mit so einer ganz großen Brille und hat dann so einen Bildschirm, weil das ja dann ins Trommelfell initiiert wird. Wichtig ist, dass man sich überhaupt nicht bewegt und dass man auch nachdem die Injektion gesetzt ist, nichts sagt, am besten auch die Kinnleiste völlig ruhig hält, damit das ganze Zeug drin bleibt. Letztendlich läuft es dann irgendwann über die sogenannte Ohrtrompete ab. Also sprich, man muss sich da nicht drum kümmern. Dieses Serum verflüchtigt sich dann irgendwann von selber. Nur, was ich speziell ein bisschen abgefahren fand, ist, es geht ja ins Mittelohr, also es geht ja nicht ins Innenohr. Es heißt ja, der Ursprung der ganzen Ohrprobleme liegen ja im Innenohr, wobei das Cortison, um das es hier ja geht, ins Mittelohr initiiert wird. Aber das nur so am Rande. Der Einstich ist, merkt man, ich habe ihn also bei den 10 Malen, beziehungsweise ich habe es ja insgesamt 20 Mal gekriegt, manchmal gar nicht gespürt, manchmal ein bisschen, manchmal war es ein bisschen unangenehm, aber letztendlich nicht in dem Sinne schmerzhaft, also es war okay. Was anscheinend normal ist, dass man dann ein bisschen Schwindel kriegt, das heißt, man soll dann sitzen bleiben, ein paar Sekunden, nichts machen. Und bei mir hieß es dann, geben Sie ein Handzeichen, wenn Schwindel, eventueller Schwindel vorbei ist, auf keinen Fall was sagen, auf keinen Fall was sagen. Dann wird man in einen anderen Raum oder ich wurde in einen anderen Raum geführt und dann sollte ich mich hinlegen mit dem behandelten Ohr nach oben, damit nichts rausläuft. Und so nach 10 Minuten konnte ich dann einfach aufstehen und gehen. Stellt sich als nächstes die Frage, bringt das was? Hat das was gebracht? Und wie sieht es mit Nebenwirkungen aus? Interessant ist, dass die Schulmedizin selber sagt, dass das eigentlich nicht wirklich was bringt. Ich habe hier zwei Screenshots dazu. Der erste hier oben gilt als sehr nebenwirkungsarm, abgesehen von einer Erfolglosigkeit der Therapie, drehten selten Bleibende. Das Rest könnt ihr ja lesen. Und der zweite Screenshot. Einzelne Patienten zeigten eine Hörverbesserung, während der Großteil von der Therapie nicht profitierte. Abgefahren. Stellt sich die Frage, wie das bei mir war. Also ich kann sagen, dass in beide Richtungen was passiert ist. Also sowohl das, was in Gang gesetzt wurde, als auch Nebenwirkungen. Direkt nach der ersten Injektion begannen meine zwei Töne im Kopf zu wandern. Vorher waren die fest verankert und auf einmal kam der Bewegung rein. Dies ist ein Zeichen oder ein gutes Zeichen. Also eigentlich alle Fakultäten, also ob es jetzt nur in Schulmedizin ist oder ob es auch Alternativmedizin ist, sagen ja, dass ein Tinnitus, der in Bewegung ist, ein gutes Zeichen ist, beziehungsweise gute Möglichkeiten für Heilung oder Besserung mit sich bringt. Eine Nebenwirkung war, dass, ich sage jetzt mal, ich glaube nach der zweiten oder nach der dritten Injektion, sich meine Hyperakusis gemeldet hat. Da hat dann der HNO gesagt, dass das als Nebenwirkung durchaus bekannt ist. Obwohl, wenn man jetzt beim Internet guckt, das nicht erwähnt wird. Da werden andere Nebenwirkungen beschrieben, beziehungsweise harmlose Nebenwirkungen. Aber die Hyperakusis, da bin ich mir auch komplett sicher, kam als Nebenwirkung dieser ITC. Stellt sich natürlich die Frage, ob die eh schon da war und dadurch einfach präsent wurde oder ob die dadurch wirklich erst erzeugt wurde. Das weiß ich jetzt nicht. Nun ist es so, ich habe die ITC ja zweimal machen lassen. Mein Tinnitus wurde ja bald besser, nachdem ich die ITC habe machen lassen und auch die Akupunktur. Ich habe ja in einem anderen Video schon darüber gesprochen, was ich alles so habe machen lassen. Da war der Tinnitus schon ziemlich ruhig. Und dann habe ich nach einem Konzertbesuch einen Rückfall bekommen, der ziemlich stark war. Und dann bin ich nochmal dahin und da war ich ja dann zeitnah. Also das war dann wirklich ein paar Tage danach. Und bin mit dem HNO zu dem Entschluss gekommen, die ITC ein zweites Mal machen zu lassen. Da hatte das andere Folgen. Ich hatte da dann einen festen Ton, der blieb woher war. Und auch die Hyperakusis, die zu dem Zeitpunkt schon besser war, wurde nicht wieder schlimmer. Aber nach der zweiten Injektion hatte ich einen Hörsturz. Beziehungsweise ich habe halt auf einem Ohr nichts mehr gehört. Ich bin davon ausgegangen, dass das eine Nebenwirkung ist. Der HNO meinte dann, dass das nicht sein kann. Sondern, dass das wohl zufällig ein zeitversetzter Hörsturz ist. Und die aktuelle Behandlung genau die richtige Maßnahme dafür ist. Ich gebe das jetzt einfach nur mal so weiter. Ich kann das nicht beurteilen. Es war auf jeden Fall so, dass nach ein paar Tagen das dann auch wieder gut war. Aber ich glaube trotzdem, dass es eine Nebenwirkung dieser Injektion war. Und was ist jetzt das Fazit? Ich finde es im Moment echt schwierig jetzt zu resümieren über eine Therapie, die man zum einen selber bezahlen muss. Und zum anderen der Anbieter, sprich die Schulmedizin sagt, dass sie eigentlich nichts bringt. Da würde ich sagen, Finger weg. Also was soll der Mist? Aber es ist halt so. Ich gehe schon davon aus, dass meine Töne dadurch in Bewegung gebracht wurden. Ob das nun letztendlich dazu geführt hat, dass die wieder verschwunden sind, weiß ich natürlich nicht. Wenn jemand von euch zur ETC Erfahrungen hat oder auch Einschätzungen, dann schreibt das gerne in die Kommentare. An dieser Stelle natürlich kurz der Hinweis, dass es sich bei diesem Video um keinen medizinischen Ratgeber handelt. Ich teile mit euch lediglich meine Erfahrungen und meine Gedanken dazu. In der Videobeschreibung findet ihr die Links zu den verwendeten Medien. Wenn euch das Video gefallen hat, drückt den Abonnier-Button, dann bleibt er auf dem Laufenden. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt alles Gute und bis zum nächsten Mal.